Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 30 mit dem heutigen Titel Tod dem Einzelhandel. Eigentlich könnte man auch ein Fragezeichen hinter Tod dem Einzelhandel setzen, denn eigentlich ist es kein Wunsch von mir und auch kein Appell, dass man jetzt den Einzelhandel töten sollte. Es ist vielleicht auch eine etwas krasse Formulierung, aber ich finde es trifft am Ende des Tages den Nagel ganz gut auf den Kopf. Warum das so ist, darauf gehe ich jetzt in den folgenden 30 Minuten etwas detaillierter ein. Zur Einleitung möchte ich natürlich hoffen, dass ihr eine wunderschöne Woche hattet. Das Wetter ist ja aktuell oftmals sehr unbeständig, teilweise wunderschön, teilweise sehr schlecht. Insofern, hoffentlich konntet ihr eine Region für euch finden, in der ihr dementsprechende Touren unternehmen konntet und Spaß in den Bergen hattet, denn nur darum geht es letztlich. Aber heute im Alpcast, da geht es auch um den Laden, nämlich nicht um das Handy aufladen, sondern um den Laden, in dem wir uns unsere tollen Bergsportartikel kaufen, die wir letztlich am Berg dann auch brauchen, mehr oder weniger vielleicht. Spangen wir bei einer ganz allgemeinen Frage an, die man sich stellen kann und sollte, wenn man über die Bedeutung des Einzelhandels im 21. Jahrhundert sich unterhalten möchte. Denn ich finde, das ist ganz grundlegend wichtig, damit man auch weiß, wie es in Zukunft weitergehen soll. Die Modernisierung des Konsums ist etwas, was die logische Konsequenz der Modernisierung aller Branchen und Lebensbereiche betrifft. Deshalb ist es vollkommen normal, dass wir uns heute mit ganz anderen Mitteln zu Konsumenten machen können. Das ist nun mal die Modernisierung des Konsums. Wir bestellen heute unsere Pizza online und gehen nicht mehr in eine Pizzeria. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden muss oder kann oder soll, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Und vor allen Dingen ist das Schöne, in diesem Fall zumindest, in diesem Beispiel natürlich auch, dass wir immer noch unsere Pizzeria haben. Die Frage ist, wie inwieweit das bergsportspezifisch ist. Und da müssen wir jetzt etwas in die Sache mit dem Einzelhandel einsteigen. Der Einzelhandel hat ja eigentlich eine sehr große Vergangenheit, wenn man sie mit dem Onlinehandel als größten Konkurrenten vergleichen möchte. Der Einzelhandel beginnt eigentlich schon vor 200, 250 Jahren mit dem Tauschhandel und dann irgendwann schwenkt es um in einen Handel, wo man mit Geld oder anderen monetären Mitteln eben Waren bezahlt. Die Frage ist nur, ob das in der heutigen Zeit noch das ist, was wir unbedingt brauchen. Denn der Einzelhandel hat sich natürlich insofern verändert, als dass wir heute den Kunden als Konsumenten auch zu einem Kauf bewegen müssen. Ihn dazu anregen müssen, mehr zu kaufen, um dieses ewige Wachstum, um diesen Kapitalismus so aufrecht zu erhalten, wie es ihn heute gibt. Die Frage ist, ob das notwendig ist. Und zum heutigen Tage muss man sagen, natürlich ist es notwendig, um das System, so wie es es heute gibt, aufrecht zu erhalten. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir als Ziel, also wir unter Anführungszeichen der Einzelhandel, das Ziel hat, den Konsumenten, also in diesem Fall uns, dazu zu bewegen, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. Denn anders funktioniert das Rad nicht mehr. Früher haben wir uns die Dinge gekauft, die wir gebraucht haben. Dann haben wir uns irgendwann die Dinge gekauft, die wir gebraucht haben und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Und heute ist der Einzelhandel voll und ganz darauf ausgelegt, Zusatzverkäufe zu machen. Und wer schon mal irgendwie vielleicht eine Erfahrung als Verkäufer in einem Fachgeschäft gemacht hat, das muss jetzt gar nicht Bergsport sein, das kann auch etwas ganz anderes sein, da funktioniert das Prinzip nämlich ganz gleich, der weiß, wovon ich spreche. Man legt heute den Wert darauf, dass die Leute nicht nur ins Geschäft kommen und etwas kaufen, sondern man legt auch Wert darauf, dass möglichst viele Stückzahlen gekauft werden von verschiedenen Firmen, dass möglichst viele Produkte im Warenkorb liegen. Und das alles ist natürlich ein furchtbarer Druck für die Verkäufer auch, denn schließlich leben und sterben sie damit, dass viel gekauft wird von den Kunden. Auf der anderen Seite müssen aber die Marken, die hinter dem Einzelhandel stehen im Prinzip, auch dafür sorgen, dass die Leute tatsächlich einen Reiz haben, diese Dinge zu kaufen. Im Endeffekt sprechen wir also hier von vielen Gliedern in der Kette, die mehr oder weniger ganz direkt voneinander abhängen und trotzdem möchte aber irgendwie jeder etwas vom Kuchen abhaben. Und am Schluss, da steht dann der Konsument und der Konsument, der soll eben für all das am Ende bezahlen. Die Frage ist nur, wie lange geht das noch gut? Und das ist eine durchaus philosophische Frage, bei der man wahrscheinlich, je nachdem wen man fragt, ganz viele unterschiedliche Antworten erhalten wird. Aber bevor wir uns jetzt in so eine grundsätzliche gesellschaftskritische Haltung begeben, würde ich sagen, wir bleiben besser beim Bergsport. Ist ja hier der Alpcast und nicht der Economiccast. In diesem Sinne würde ich sagen, wie funktioniert denn mal der bergsportspezifische Handel? Wie funktioniert dieser Einzelhandel? Im Prinzip kann man sich das relativ gut vorstellen, indem man einfach mal selber in einen Laden geht und sich anschaut, mit wie vielen Mitteln eigentlich gearbeitet wird, um einen als Konsument dazu zu bewegen, etwas zu kaufen. Wir können anfangen beim Eintritt in den Einzelhandel. Hier fängt die Manipulation im Prinzip schon an. Die teuren Produkte werden so platziert, dass sie möglichst gut herausstechen. Eine Puppe, die angezogen wird und Bergschuhe anhat, die ist definitiv mit Ottovox oder Dynafit oder sonstiger Ausrüstung gekleidet. Schön teuer ist die und das ist definitiv nur High-End Dinge, die da auf der Puppe kleben. Das ist schon mal der erste große Punkt. Natürlich gibt es hier vielleicht auch das ein oder andere günstigere Modell, vielleicht von Schuhen, vielleicht bei der Bekleidung. Aber das alles, das findet man dann irgendwo auf den Stangen. Die sogenannte Stangenware, den Begriff kennen ja die meisten. Trotzdem ist natürlich auch das, was letztlich die Puppe anhat, eine Stangenware. Aber sie wird besonders hervorgehoben, um den Konsumenten zu zeigen, schau, so könntest du auch ausschauen. Und natürlich denken jetzt vielleicht einige von euch, naja, wer ist denn so blöd und fällt auf so einen billigen Trick herein? Tatsächlich ist der Trick erstens gar nicht so blöd und zweitens die Menschen, die diesen Trick wahrnehmen, die sind eigentlich auch nicht blöd, denn die denken sich das auch alle. Diese ganze Positionierung von verschiedenen Produkten in dem Handel, die ist nur darauf aus, einen Menschen unterbewusst zu erreichen und niemals bewusst. Es ist zumindest nicht das erste Ziel des Marketings des Einzelhandels, dass man in das Geschäft geht und diese Puppe sieht mit der Kleidung an und dann letztlich sagt, ich will genau dieses Outfit jetzt sofort haben. Das wäre natürlich schön und das ist natürlich ideal, wenn genau das passiert, denn dann hat die Marke ohne weitere Umwege genau das erreicht, was sie wollte. Aber in erster Linie geht es vor allen Dingen darum, einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen, die Marke zu präsentieren, zu positionieren. Und da spielt der Einzelhandel eine wichtige Rolle. Schließlich ist es die Aufgabe des Einzelhandels, Marken so zu präsentieren und zu positionieren, wie es sie sich erstens oder in erster Linie mal mit der Marke ausgemacht haben in sehr, sehr, sehr wichtigen Verträgen. Auf der anderen Seite möchte natürlich auch der Einzelhandel darauf achten, dass die teuren Produkte verkauft werden, denn hier ist dann prozentuell gesehen natürlich auch die Marge beziehungsweise die Gewinnspanne für den Einzelhandel höher. Natürlich will der Einzelhandel und das ist auch ein kleines oder großes Problem, je nachdem, über was man jetzt genau spricht. Natürlich hat der Einzelhandel hauptsächlich das Interesse zu verkaufen, aber trotzdem steckt ein gewisses Interesse dahinter, es sich mit den Marken nicht zu verscherzen. Das heißt, man möchte natürlich nicht die günstigsten Marken präsentieren oder nicht nur eine oder zwei Marken präsentieren, sondern sich das Feld möglichst weit offen lassen, damit möglichst viele Marken in den eigenen Laden einsteigen und hier auch verkaufen möchten. Die Frage, die man sich nun aber stellen muss, ist, was ist eigentlich mit all den anderen Marken, die wir hier gar nicht sehen? Wenn wir in Decathlon oder in ein anderes Geschäft gehen, das vielleicht kein Discounter ist, dann sehen wir hier einen ganz deutlichen Unterschied. Decathlon verkauft eigene, markeneigens hergestellte Produkte. Die werden alle gleichermaßen präsentiert und im Prinzip ist alles da, was Decathlon gehört. Natürlich gibt es auch noch von anderen Firmen Produkte, in die sich Decathlon bei der Herstellung nicht einmischen möchte. Aber in einem typischen Fachhandel für Bergsport ist das anders, denn da sehen wir einfach nicht alle Marken. Natürlich, je größer der Handel ist, je mehr Platz im Prinzip ist, desto eher kann man auch mehr Marken positionieren. Aber manche Marken haben zum Beispiel auch ganz klar etwas dagegen, wenn sie neben einer anderen Firma, neben einer direkten Konkurrenz beispielsweise positioniert werden. Das mögen manche Marken nicht und setzen sich beim Einzelhandel tatsächlich auch aktiv dafür ein, dass das dann nicht passiert. Das ist übrigens keine Behauptung, sondern das kann euch eigentlich auch jeder Abteilungsleiter des Einkaufs bzw. der Dekoration im Einzelhandel auch eigentlich so bestätigen. Mal mehr, mal weniger. Das kommt natürlich auch auf die Größe des Einzelhandels in dem Fall an. Das Problem bei diesen bergsportspezifischen Läden ist aber eigentlich auch noch ein ganz anderes. Neben der Manipulation der Kunden muss man auch davon sprechen, dass der einzige Mehrwert, den der Einzelhandel heute bietet für den Konsumenten, der Verkäufer ist. Oder zumindest die Möglichkeit, sich mit den Waren direkt auseinanderzusetzen, wo der Verkäufer mehr oder weniger eine direkte Rolle spielen kann. Die Frage ist aber nur, inwieweit dieser Verkäufer eigentlich hinderlich ist, wenn es darum geht, sich mit den Waren auseinanderzusetzen. Wenn wir in das Geschäft reingehen und wir sehen diese ganze direkte, aber sehr subtile Manipulation unserer Wahrnehmung, dann ist der Verkäufer am Ende des Tages fast schon ein Schlusslicht. Denn sobald ich in der Schuhabteilung beispielsweise angekommen bin, wird es in einem guten Laden nicht lange dauern, bis ein Verkäufer an meiner Hand ist und mir irgendwelche Schuhe zeigen möchte. Die Frage ist jetzt nur, ob der Verkäufer in diesem Fall tatsächlich so gut ausgebildet ist, dass er sich tatsächlich eine Meinung darüber bilden kann, wie mein Fuß aussieht, ob ich dafür den richtigen Schuh in der Hand habe und ob es nicht vielleicht einen besseren Schuh gäbe. Dann geht es noch um das Anwendungsgebiet. Was möchte ich mit dem Schuh denn machen und wie kann ich ihn tatsächlich einsetzen, sodass er aber auch langlebig ist? Was für Material wird in diesem Schuh eigentlich verbaut und wie haltbar ist das eigentlich? Diese Dinge, die sind den meisten Verkäufern leider nicht klar. Und das möchte ich definitiv nicht den Verkäufern vorwerfen, denn die tragen in dem Fall tatsächlich keine Schuld. Und da muss ich jetzt hier nochmal auf ein Thema eingehen, das mir auch persönlich sehr stark betrifft. Wenn Verkäufer in einem Bergsportladen beispielsweise keine Idee davon haben, was man jetzt für ein Produkt sucht oder inwiefern man jetzt Hilfe brauchen könnte, dann liegt das erstens daran, dass sie selbst einfach nicht vom Fach sein könnten, aber es könnte auch daran liegen, dass sie einfach nicht dementsprechend ausgebildet werden. All diese Dinge, all diese bergsportspezifischen Dinge, die kann man sehr gut lernen. Es ist nicht leicht und es ist ein großes Themengebiet, aber am Ende des Tages ist das alles zu erlernen. Die Frage ist nur, ob ein Einzelhandel tatsächlich auch gewillt ist, dass jemand mit einer großen fachlichen Expertise im Laden steht und plötzlich vielleicht anfangen muss, mit seinem Gewissen zu hadern, weil dieser besagte Einzelhandel, in dem er arbeitet, eigentlich nur Schrott verkauft. Nun müsste nach der ganzen Expertise, die sich der Verkäufer angelernt hat, vielleicht in seiner Freizeit, aber hoffentlich bezahlt über den Arbeitgeber, dann müsste er eigentlich mit einem guten Gewissen den Leuten sagen, dass sie hier nur Schrott kaufen können und dass sie woanders hingehen sollten. Das kann nicht im Interesse des Einzelhandels sein, womit man eigentlich bei der Frage ist, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Der Einzelhändler möchte natürlich Produkte verkaufen, schließlich lebt er davon und auch seine ganzen Mitarbeiter, dass Produkte gekauft werden. In diesem Sinne kann man ihm eigentlich wenig Vorwurf machen, denn er hat die Produktpalette, die er nun mal hat. Die Konsumenten, denen kann man eigentlich auch kaum einen Vorwurf machen, denn sie wollen ja heute auch immer günstiger einkaufen und immer beim Geld sparen und dementsprechend wollen sie nicht unbedingt die beste Qualität, denn Qualität, beste Qualität und bester Preis, das geht natürlich nicht immer einher miteinander und dementsprechend verzichten die Leute auch gerne auf Qualität. Und dann gibt es aber Leute, die kommen mehr oder weniger vom Fach und die kommen dann in ein Geschäft hinein und sagen, ich möchte den und den und den Schuh und ich möchte, dass er das und jenes kann und dann merkt man erst, dass dieser Schuh da so gar nicht vorrätig ist, denn der wäre eigentlich nicht in der, naja, der wäre eigentlich nicht so beliebt in der Zielgruppe der Masse. Jetzt ist also die Frage, ist der Verkäufer jetzt schuld, weil er jetzt versuchen muss, dem Kunden trotzdem irgendeinen Schuh anzudrehen, denn das ist schließlich sein Job, oder ist es doch den Konsumenten seine Schuld, weil er irgendwie nicht sich irgendwo zufrieden geben kann mit den schlechteren oder dementsprechend dann auch günstigeren Produkten? Sind wir als Bergsportler schuld, weil wir nicht mit Mittelmaß leben wollen, sondern vielleicht einfach höchste Qualität haben möchten? Und hier springt dann der Online-Handel ein, denn der Online-Handel, der bietet genau das, viel Lagerflächen und relativ unabhängige Einkaufsmöglichkeiten bei verschiedenen Marken und relativ wenig Streitereien um irgendeine Positionierung. Der Online-Handel muss sich nicht mit Dekor beschäftigen, der Online-Handel muss sich nicht mit Manipulation beschäftigen, der Online-Handel muss sich auch nicht mit einem direkten Marketing und dem Vertrieb beschäftigen, sondern höchstens mit einem Online-Vertrieb, also dem E-Commerce. Und ansonsten liegen die ganzen Produkte nur im Lager. Ein Online-Handel stellt mehr Logistiker ein, als er Verkäufer einstellt. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass sich hier der bergsportbegeisterte Mensch doch deutlich wohler fühlt, wenngleich er vielleicht keine Beratung erhält und keine Möglichkeit, sich direkt und unmittelbar mit den Waren auseinanderzusetzen. Das Problem an dem Einzelhandelsthema ist aber eigentlich viel tiefliegender. Die Einzelhändler wollen nicht spezifisch sein. Die Einzelhändler wollen die breite Masse erreichen, denn nur über die verdienen sie das Maximum an Geld, machen sie das Maximum an Umsatz. Trotzdem sind sie geizig. Sie wollen natürlich nicht dem Personal viel Geld bezahlen oder vielleicht sogar Schulungen in diesem Gebiet bezahlen. Vor allen Dingen unabhängige Schulungen sind hier eigentlich komplett rar, denn wenn es schon Schulungen gibt, dann bietet sie vielleicht irgendeine Marke an, die dann natürlich darauf verweist, dass ihre Produkte hier sowieso immer den höchsten Standard erfüllen. In diesem Sinne ist es natürlich nicht verwerflich, dass wer nur Kleingeld bezahlt, hier auch keine Fachkräfte erhält, womit man natürlich eine gewisse Grundschuld definitiv auch am Einzelhändler abladen kann. Aber wie gesagt, der Konsument möchte für Qualität heute nicht mehr so stark bezahlen. Das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber es ist einfach Fakt. So hat sich die Welt nun mal entwickelt und damit kann der Einzelhändler nicht anders leben, als dass er lächerliche Löhne bezahlt. Das Problem ist nur, es funktioniert leider im Einzelhandel mittlerweile fast nur noch so, weshalb wir uns jetzt nochmal kurz auf den E-Commerce, auf den Online-Handel konzentrieren sollten. Der Online-Handel ist natürlich die große Konkurrenz zum Einzelhandel geworden, nicht nur im Bergsport, selbstverständlich nicht. Amazon hat das mit den Büchern schon vor über 20 Jahren vorgemacht, wie es gehen kann, wenn ein Mann mit einer starken Idee und einem interessanten Business-Konzept sich plötzlich einfach so etabliert, während der Einzelhandel sich in, naja sagen wir, in einer gewissen Sorglosigkeit wiegt. Denn der Einzelhandel hatte ja die 60, 70, 80 Jahre zuvor überhaupt nichts zu befürchten. Das große Manko im Bergsport beim Online-Handel ist natürlich die fehlende Möglichkeit, sich mit den Waren auseinanderzusetzen. Tatsächlich die Waren in die Hand zu nehmen. Und das hat natürlich auch der Online-Handel irgendwann erkannt und verstanden, dass man einfach es anbieten muss, dass die Leute die Waren einfach wieder zurückschicken können, am besten kostenlos und möglichst einfach. Aber trotzdem ist es mühsam, wenn man sechs Paar Schuhe bestellen muss und dann muss man fünf Paar wieder zurück tragen zur Post, damit die dann wieder zurückgesendet werden. Man muss ewig lang auf sein Geld warten, bis es wieder da ist, denn man hatte das ja schon im Voraus bezahlt und so weiter. Das alles ist ein Prozess, den der Online-Handel bis heute nicht so richtig geschafft hat, in den Griff zu bekommen und zu vereinfachen. Deshalb muss man sich jetzt damit auseinandersetzen, was man da noch optimieren kann im Online-Handel. Und ich bin gespannt, was hier Entwicklungen der nächsten Jahre bringen könnten. Trotzdem ist der Einzelhandel hier hinten nach, denn der Einzelhandel ist oftmals nicht so kulant wie der Online-Handel. Der Einzelhandel ist oftmals sehr, naja, sagen wir mal, beeinflusst in der Meinung. Dem Online-Handel, also der Website, ist es prinzipiell scheißegal, ob du jetzt was kaufst oder nicht. Natürlich versucht die Website dich mehr oder weniger zu beeinflussen, aber im Prinzip kann sie dich nur so erreichen, wie sie eben jeden anderen auch erreicht. Ein Verkäufer, der könnte viel mehr und viel individueller auf deine Bedürfnisse eingehen, dich da abholen, wo du gerade stehst und auch emotional irgendwo mitnehmen, was definitiv eher zu einem Kauf verleiten könnte, selbst von Produkten, die du eigentlich gar nicht brauchst. Das ist natürlich aber auch gleichzeitig der große Vorteil des Online-Handels für den Konsumenten, denn wir werden nur bedingt verarscht. Trotzdem werden wir natürlich verarscht. Wir kriegen überall Produktwerbung eingeblendet, wir kriegen überall Empfehlungen und unabhängige Tests, also unabhängig natürlich unter Anführungszeichen sind natürlich alle gekauft, aber trotzdem, das alles wird natürlich trotzdem eingesetzt, um sich irgendwie auch beim Kunden beliebt zu machen. Ein weiteres Problem des Online-Handels ist neben der Umständlichkeit und der Tatsache, dass man eben nicht so leicht etwas probieren kann, auch das schlechte Gewissen, das heute mittlerweile viele Leute haben. Denn viele sagen, wieso soll ich online kaufen, damit kann ich den kleinen Einzelhändler gar nicht fördern. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, der kleine Einzelhändler ist mir scheißegal, denn wenn er die Produkte nicht führt, oder nicht hat oder irgendwie umständlich und mühsam bestellen muss, die ich haben möchte, dann ist mir das einfach nicht wert. Und beim Online-Handel kriege ich es innerhalb von drei, vier Tagen definitiv geliefert. Und ich kann dazu auch ein interessantes persönliches Beispiel einbringen. Und zwar war ich auf der Suche nach einem Hochturnschuh. Das ist mittlerweile schon sechs Jahre her. Und dieser Hochturnschuh, der sollte definitiv Kategorie D sein. Und er sollte so warm sein, dass ich damit zumindest bis 4,5 bis 5.000 Meter definitiv auch warme Füße habe. Da hat mir dann eine Verkäuferin in einem Laden, in Wien war das damals, empfohlen, ich soll doch diesen und jenen Schuh kaufen. Den hat sie aber nicht da, denn den will ja nie irgendjemand kaufen hier in Wien. Also das ist ja ein Schuh für das Höhenbergsteigen in den Westalpen. Den kauft hier nie jemand, deswegen kann sie den nur bestellen. Aber ich müsste den Schuh sofort bezahlen. Und wenn er mir nicht passt, habe ich auch hier keinen Anspruch auf Geld zurück. Daraufhin habe ich mich entgegnet, dass das irgendwie kein gutes Angebot ist. Dass das einfach kein guter Deal ist, denn ich weiß ja nicht, ob er mir passt. Und probieren kann ich ihn nicht. Und dementsprechend weiß ich ja dann noch nicht, ob ich ihn nehmen soll. Der Schuh hätte aber 550 Euro gekostet. Hier hat man es sich also leicht gemacht als Einzelhändler und hat gesagt, naja, das Risiko, das schenken wir dem Kunden. Denn was soll ich dann mit dem Schuh machen? Den kriege ich ja nie wieder los. Aber andererseits ist das als Konsument auch nicht mein Problem, hart gesagt. In diesem Sinne bin ich natürlich dann ohne Schuh und ohne eine Bestellung aus dem Geschäft gegangen. Nebenbei war natürlich auch die Verkäuferin sehr, sehr unfreundlich und harsch. Denn sie hätte damit auch noch Arbeit gehabt und hätte dadurch eigentlich nichts verdient, weil sie nur Angestellte war und nicht die Ladeninhaberin. In diesem Sinne verstehe ich es auch, dass viele Leute mittlerweile sagen, der Einzelhändler kann mich rücklinks am Arsch lecken. Denn tatsächlich ist es so, dass der Einzelhandel oftmals auch teurer ist, als es der Onlinehandel ist. Wenngleich das natürlich nicht immer stimmt, denn im Onlinehandel kann man relativ wenig verhandeln. Und wenn überall der UVP gilt, dann kann ich im Einzelhandel, wenn ich schon ein paar Mal dort war, oder ein bisschen ein Gespür fürs Verhandeln habe, auch vielleicht nochmal 10% runternehmen. Es hat alles ein Für und Wider. Und ich verstehe die eine Seite, die sagt, ich mag den Einzelhandel nicht mehr. Er ist mir mittlerweile zu unsympathisch geworden, zu aufdringlich. Und auf der anderen Seite kann ich auch den Standpunkt verstehen, dass man den Onlinehandel nicht mag, weil er irgendwie den Einzelhandel aus den Städten raubt. Und natürlich die Tatsache, dass die Innenstädte heute komplett verwahrlost sind, ist irgendwo vielleicht ein Problem. Andererseits, wieso sollte ich 30, 40, 50, 60 Euro mehr für einen Schuh beispielsweise bezahlen, nur weil ich ihn mir selbst irgendwo abgeholt habe. Das macht aus Konsumentensicht eigentlich auch keinen Sinn. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Machen wir einen Einzelhandel, der vielleicht einfach etwas, naja, sagen wir mal weniger manipulativ ist, mit Fachkräften, die tatsächlich sehr viel Ahnung auf ihrem Gebiet haben und dafür einfach mehr entlohnt werden oder besser entlohnt werden? Aber dann müssen auch die Produkte wieder zum UVP verkauft werden und die Gewinnspannen für den Betreiber des Ladens, die wären dann nicht so groß. Vielleicht ist das Problem auch irgendwo die Gier der Leute. Auf der einen Seite die Gier des Einzelhändlers, der möglichst gewinnmaximierend arbeiten möchte und der sich eben einen Mercedes und keinen VW kaufen möchte. Und vielleicht ist es aber auch irgendwo die Gier der Konsumenten, die sagen, ich bin nicht bereit, 10% mehr zu bezahlen, nur weil ich den Schuh vorher probieren kann oder nur, weil ich eine persönliche Beratung bekomme. Ich glaube, der erste Schritt, und das ist tatsächlich meine Meinung, ich glaube, der erste Schritt geht vom Einzelhändler aus. Ich glaube, wenn wir heute einen guten Laden aufstellen würden, in dem jeder die Beratung bekommt, die er brauchen kann und in dem jeder in diesem Rahmen beraten wird, in dem er der Meinung ist, dass er diese Beratung auch braucht, egal wie fachspezifisch und detailliert sie sein mag, ich glaube, dann könnten wir ein gutes Zeichen dafür setzen, dass es sich durchaus auch lohnt, mal 10% mehr zu bezahlen. Und natürlich wird es immer die Kunden und Konsumenten geben, die sich ganz lang und breit im Geschäft beraten lassen, dann nach Hause gehen und online bestellen. Das werden wir niemals ändern können. Aber wir können die Masse dieser Gruppe definitiv verringern, indem wir uns überlegen, wie wir die Leute dazu bringen, ihnen tatsächlich einen Mehrwert zu bieten. Denn wenn jemand einen Mehrwert hat, dann merkt er auch, dass er dafür bereit sein könnte, zu bezahlen. Und wenn wir bei 10% beispielsweise bei einem Karabiner von 70 Cent sprechen oder 80 Cent sprechen, dann ist das keine große Sache in Wirklichkeit und man hat vielleicht tatsächlich den Karabiner mitgenommen, den man auch wirklich brauchen kann. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und es gibt natürlich auch diese goldenen Verkäufer, die trotz ihres miesen Gehalts und trotz der Tatsache, dass sie schlecht behandelt werden als Arbeitnehmer, trotzdem unfassbare Expertise mit in die Sache bringen. Aber ich muss euch nicht erzählen, dass das eigentlich nicht die Regel ist. Denn wenn wir uns überlegen, wenn wir jetzt beispielsweise ganz allgemein gesprochen im Einzelhandel in den Medienmarkt gehen oder in irgendeinen anderen Laden, in eine große Kette, dann können wir davon ausgehen, dass wir in der Regel schon mal mit mehr Informationen ins Geschäft kommen, als uns der Verkäufer überhaupt noch präsentieren kann. Was ich, wie gesagt, nicht dem Verkäufer vorwerfen möchte, da er einfach nicht vernünftig ausgebildet wird. In Wirklichkeit muss man die Firmen, die einen nicht beraten wollen, denn das ist eine Sache des Willens, ob man seine Verkäufer gut bezahlt und dementsprechend auch Fachkräfte für diesen Job bekommt, ob wir diese großen Fachhändel, den Handel im Allgemeinen unterstützen möchten. Und ich bin der Meinung, nein, wir sollten aufhören, Firmen zu unterstützen, nur weil sie da sind, sondern wir sollten anfangen, die Firmen zu unterstützen, die auch tatsächlich sinnvoll arbeiten. Und sinnvoll ist im Bergsport immer dann etwas, wenn es dem Konsumenten tatsächlich nicht nur Geld aus der Tasche gezogen hat, sondern ihm weiterhelfen konnte. Ich persönlich halte nichts davon, Leuten einfach irgendetwas zu verkaufen. Wenn sie eine Frage haben, mein Umfeld, meine Freunde oder sonst was, zu irgendeiner Ausrüstung, dann gebe ich ihnen natürlich eine Empfehlung, welches Produkt hier meiner Meinung nach gut funktionieren könnte. Ich bin aber auch so ehrlich und manche mögen das vielleicht nicht und ausführlich, dass ich dann sage, aber pass auf, wenn du das schon kaufst, dann musst du auch wissen, wie du damit umgehst, denn das ist etwas spezieller. Schau dir lieber das an, wenn du es nicht so speziell brauchst und so weiter. Und dann gehe ich auf Anwendungsgebiete ein und so weiter. Und manche Leute, so wie viele Podcast-Zuhörer wahrscheinlich, denken sich, meine Güte, wann hält der endlich das Maul? Aber Tatsache ist, dass das eigentlich zu einem kompletten Verkauf oder zu einer kompletten Beratung dazugehört. Und deswegen war auch mein Ansatz bei den Produkttests beispielsweise immer, ich möchte die Leute beraten, ich möchte ihnen nichts verkaufen und ich möchte ihnen auch keine, ja, in diesem Sinne nur persönliche Meinung darlegen oder meine Unwissenheit irgendwie kaschieren, sondern ich möchte ihnen eigentlich alles, was ich sage, auch vernünftig begründen können. Und wenn ich sage, dass irgendein Verschluss oder irgendein Schnürsystem irgendwie einfach keinen Sinn macht, dann zeige ich gerne, dass es auch Möglichkeiten gibt, wie es zum Beispiel besser funktionieren könnte. Und wenn ich sage, dass eine gewisse Zwischensohle nicht so gut funktioniert, weil sie brüchig wird über die Zeit, dann zeige ich auch gerne, dass es andere Eventualitäten gibt, mit denen das viel besser funktionieren könnte, wenn man es denn wollte. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass Marken als Ganzes immer in den Himmel gelobt werden, sondern jedes einzelne Produkt sehr kritisch betrachtet wird. Und genau das funktioniert im Einzelhandel eben nicht. Denn das ist nicht im Interesse der Marken, das ist nicht im Interesse der Verkäufer, das ist nicht im Interesse des Einzelhändlers. Denn sonst müsste ich mit jeder einzelnen Firma bezüglich jedes einzelnen Produkts einen eigenen Vertrag bezüglich des Verkaufs abschließen. Und darauf gehen viele Marken einfach nicht ein, denn wenn, dann wollen sie natürlich ihre komplette Kollektion irgendwo unterbringen. Und ich werde hin und wieder lustigerweise gefragt, ob ich nicht irgendwie einen Alpen Academy Online Shop oder so etwas haben möchte oder einen Alpen Academy Shop ganz allgemein, vielleicht sogar als Einzelhandel. Und ich möchte dazu eine kleine lustige Geschichte erzählen. Das ist tatsächlich, seit ich mit der Alpen Academy begonnen habe, immer mein großes Projekt gewesen. Ich möchte unbedingt einen Einzelhandel, einen kleinen Fach Einzelhandel aufmachen für Bergsportprodukte vom Wandern bis zu Hochtouren, Eisklettern und Klettern. Und nur die Produkte verkaufen, die meiner Meinung nach die beste Bewertung unter den Profis in der entsprechenden Disziplin erhalten würden und nichts darunter. Ich kann sagen, dass ich diese Projekte tatsächlich lange durchdacht habe und viel geplant habe und auch mir überlegt habe, wie ich das dann ganz im Detail umsetzen könnte. Und ich war wirklich überzeugt davon, dass das funktionieren könnte. Denn die Leute, die werden es zu schätzen wissen, dass ich ihnen nicht nur einfach immer nur die höchste Qualität verkaufe, sondern, und es vor allen Dingen keine Alternativen zur höchsten Qualität gibt, keinen Billigscheiß und so weiter, sondern sie auch zu schätzen wissen werden, dass es eine vernünftige Beratung dazu gibt, nicht nur da, nimm das und kauf das, sondern, hey, wenn du das kaufst, achte darauf, dass du das so und so machst und ich zeige dir gleich mal, wie das geht und so weiter. Das wäre mein großer Traum gewesen. Aber die Tatsache ist, als ich mir das so durchgerechnet habe und quasi irgendwann mal an einem lauen Sommerabend irgendwo auf meinem Balkon versucht habe, hier die Rechnung zu machen, wie sich das ausgehen könnte, da ist mir dann aufgefallen, dass ich tatsächlich um ein ganzes Eck teurer werde als die Massenkonkurrenz, als die ganzen großen Ketten. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass natürlich, wenn nur die hochwertigsten Produkte verkauft werden, grundsätzlich der Durchschnittspreis eines Schuhs, wenn man das jetzt mit der großen Kette vergleichen möchte, definitiv deutlich, deutlich höher ist. Denn hohe Qualität kostet nun mal auch oftmals Geld. Nicht immer, oftmals kostet auch Scheißqualität sehr viel Geld, aber die gute Qualität, die kostet jedenfalls Geld. Das ist übrigens auch eine beliebte Marketingstrategie, aber dazu kommen wir nächste Woche. Der interessante zweite Faktor war dann eben, dass ich auch deutlich weniger verkaufen würde, weil nicht alle Leute bereit sind, diese hohen Preise dann für diesen Sport zu bezahlen, sondern einfach den billigen Schrott haben wollen, den sie in anderthalb Jahren dann wieder entsorgen müssen. Die Leute denken eben nicht mehr in 10-Jahres-Perioden, sondern eher nur noch in 10-Monats-Perioden und dementsprechend reicht der billige Schrott ja am Ende des Tages vielleicht auch. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt teure Produkte habe und dementsprechend die Zielgruppe deutlich kleiner wird und dann auch nochmal ich mehr Zeit darin investieren möchte, dass die Leute mit den Produkten auch besser zurechtkommen und vor allen Dingen wissen, was sie da kaufen und ihnen die Dinge tatsächlich erklären möchte, dann sind wir dabei, dass nicht nur viel, viel weniger umgesetzt wird, sondern am Ende des Tages eben auch viel, viel weniger Gewinn übrig bleibt, sodass sich so eine Unternehmung nicht mal ansatzweise lohnen würde. Das Problem ist, im Online-Handel würde das Ganze genauso gut oder schlecht funktionieren, denn am Ende des Tages bleiben immer noch die Probleme mit den Verträgen übrig, dass ich nicht nur einen Karabin, eine Art Karabiner von einer Firma kaufen kann, sondern die wollen dann gleich alle hier vertreiben und dann wollen sie ihr Klettersteigset auch noch bei mir unterbringen und so weiter, obwohl ich das Klettersteigset vielleicht komplett beschissen finde. Und in diesem Sinne bleibt mir dann eben nichts anderes übrig, als wieder hier zu sitzen, einen Podcast zu machen und euch zu erzählen, dass Einzelhandel am Ende des Tages tatsächlich gar keine so leichte Angelegenheit ist, aber eigentlich im Einzelhandel selber wahnsinnig viel Potenzial stecken würde. Die Frage ist nur, wer fängt an, etwas zu ändern und vor allen Dingen, wie machen wir es? Irgendwie müssen wir alle zusammenhalten, obwohl wir alle ganz andere Interessen haben. Der Einzelhändler will möglichst viel Geld verdienen, der Kunde möchte möglichst viel Geld sparen, aber wo sparen wir dann das Geld und wo kriegt der Einzelhändler trotzdem dann seine ganze Kohle für seinen nächsten Mercedes? Das ist doch am Ende des Tages die große Frage und ich glaube, dass es letztlich die Marken sein werden, die immer billigere Produkte produzieren, um die Margen noch irgendwie möglich zu machen. Die Marke möchte natürlich auch noch Geld verdienen, der Einzelhändler kann damit dann viel Geld verdienen, weil es ist ein günstiges Produkt und er kann sie zu den Preisen eines teuren Produkts verkaufen, in der Hoffnung, dass der Konsument den Unterschied nicht merkt. Alles Dinge, die der Online-Handel eben nicht hat. Alle diese Probleme hat der Online-Handel nicht, denn der Konsument muss sich vorher selber informieren und entscheidet aufgrund seiner eigenen Infos, die er über ein Produkt hat, ob er das Produkt dann im Online-Handel bestellen möchte oder nicht. Und wenn man die Informationen im Internet so gezielt platziert, dass sie immer darauf hinweisen, dass ein Produkt eh positiv ist, dann wird natürlich im Online-Handel dann auch eigentlich alles gekauft und fast nichts steht negativ da. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem mit dem Online-Handel, um das jetzt hier an dieser Stelle abzuschließen, dieses Thema. Der Online-Handel hat unglaubliche Mächte, weil er erstens mal natürlich groß ist und dementsprechend mächtig und vor allen Dingen, weil das Internet sehr gut zu steuern ist. Wenn ständig überall nur Artikel aufploppen, dass irgendein Zelt wahnsinnig toll ist und robust und leicht und günstig ist es auch noch und man einfach keine vernünftige Kritik zu etwas findet, dann ist es wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob das Produkt nicht letztlich vielleicht doch Müll ist und man einfach nur nicht dahinter kommt. Also was soll man als Konsument in dieser Stelle eigentlich dann tun? Die meisten Leute vertrauen dann einfach auf das Internet und vertrauen auf das Urteil, obwohl viele Online-Händler ihre Reviews selber tippen lassen oder Leute dafür bezahlen und dementsprechend ist es dann eigentlich auch keine sehr objektive Entscheidung mehr, ob man ein Produkt kauft oder nicht. Was ist eure Lösung für das Problem mit dem Einzelhandel und dem Online-Handel im Bergsport? Das würde mich ehrlich interessieren. Ich freue mich deshalb über eure Ideen, Meinungen zu diesem Thema an kontakt at alpenacademy.at Ihr findet die E-Mail-Adresse auch nochmal in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise in der Videobeschreibung und ihr könnt natürlich auch gerne bei YouTube Kommentare schreiben. Ich freue mich immer, wenn Leute, die meinen Podcast hören, auch mich bei YouTube abonnieren und mich dementsprechend unterstützen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt jetzt noch eine schöne kommende Woche. Wir hören uns spätestens am Sonntag wieder bei einer neuen Episode des Podcasts und bis dahin würde ich sagen bergheil!